Hallo und herzlich willkommen in Heroes of the Storm, mit Nero auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Hart verkacken, Heroes of the Loops. Ich hasse dieses Schlachtfeld, das regt mich richtig auf. Nur schlimmer ist, hier Tribute sammeln. Kommt gerne mal ein paar Patches oder was? Was kommt? Wir sind auf der guten Seite, das kann schon mal nichts Gutes bedeuten. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Möge die Schlacht beginnen. Illidan flippt schon völlig aus da unten mit seinen Pings oder was? Moin, Liebing. Moin. Boah, da kommt auch noch Nova. Muss mal kurz den Brunnen holen hier. Bestimmt die Fake Nova, ja. Ja. Ich muss keinen Arztmutterweg hier einstecken. Mein eigener Arzt. Ich stehe in eurer Schuld. Puh. Diese Fake-Novas regen mich auch auf, ne? Boah. Ich muss weg. Ich werde bald erscheinen. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ich werde dein Gesicht läutern. Ich-Gesicht. Oh. Es ist soweit. Oh. Ah, fuck. Unser Mongo ist da drin stehen geblieben. Ich muss eine neue Position beziehen. Stellt meine Schuld nicht auf die... Ja. Vielleicht hätte ich. Vielleicht hätte ich. Vielleicht hätte ich. Hm. Na, manchmal... Easy. Richtig easy. Soll ich richtig hart aufräumen jetzt hier. Weg Mora. Geh weg Mora die. Ist er schon tot? Doch ich werde zurückkehren. Das ging irgendwie schnell. Jep, alles klar Nova, alles klar. Ja, dann da. Und geht das voll rein. Ich höre. Ich höre. Mein Welle ist mein eigenes. Wie magst du? Stellt meine Geduld nicht auf die Probe. Nehmen wir dieses Wöldnerlager ein. Seid ihr bereit, Helge? Wir nehmen's. Ah, okay. Ich bin in die Mitte. Tyrael, die sterben da oben. Ich werde dieses Reich von eurer Verderbnis erlösen, Höllenbrot. Es ist soweit. Lasst uns die Schlacht verlangen. Ich gehe weiter mit dem Boss an. Ey, ernsthaft? Hihihihi. Oh Mann ey. Ich hab aber auch gedacht, das trifft mich nicht. Oh oh. Nova, Nova. Oh. Oh, das kann doch nicht erscheinen sein. Jetzt muss Muradin alleine draufschlagen? Wo sind die anderen denn? Illidan zum Beispiel. Ey, das kann doch nicht wahrsteinen. Komm, Illidan. Hau ihn weg. Illidan. Like a pro, Junge. Ich hau erst mal die Typen hier oben weg. Bisschen easy jetzt, ne? How to play not Heroes of the Storm. Lass mich uhr, Asmodan. Hau ab, da geh weg. Boah, ich hasse es. Könnt ihr mich verrichten, ja? Was wollt ihr von mir? Das war gestern so geil. Ja, ich war ernsthaft. Das war so geil einfach. Ich weiß es noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Oh fuck, oh fuck. Intermongo manchmal. Aber ich dachte, Tyrael hat es noch irgendwie drauf. Aber... Nur die Waffe spendet mir Trost. Ach, kein Kaffee mehr. So, ich komm mit nach oben. Boah, da kam Illidan angeballert. Hast du das gesehen? Stellt meine Geduld nicht auf den Kuchen. Los, Leaming, schieb doch. Ich nehm jetzt das Camp hier oben. Es ist soweit. Du, 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 du. Hier ist jetzt ein Kuchen. Hier ist jetzt ein Kuchen. Oh, der Kampf geht ja schon los hier, ey. Das ist das falsche Respekt, glaub ich. Ja. Nein! Ich bin so dumm! Fuck. Hab ich den gleichen Fehler gemacht wie du vorhin. Warum lassen sich eigentlich alle oben töten, ne? Ich bin übrigens heldenhaft an dem NPC verreckt. Ja. Sehr gut, Muradin. Applaus, Applaus. Ich ändere meinen Standort. Ja, ich bin auch richtig. Ja, ja. Na bitte noch mehr ab, ja. Mann, lass mich in Ruhe, Nova! Fuck! Ja! 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 Diener der Hölle, heil mich, du schoß dir! Ah, Vala mag dich nicht. Ich fass aus. Vala mag dich nicht. Ja, das ist das. Verteidigen. Ich habe keine Zeit gespielt. Nee, lieber da oben bei den rumdümpeln und sterben lassen, oder was? Ei, ei, ei. Was ist hier mit Li Ming? Was ist das für ein Sachverhalt hier? Ja. Ja, super perfekt. Vorwärts! Mach das schon, das ist gar kein Ding für mich. Oh, Asmodo. Asmodan, Asmodan, Asmodan. Den krieg ich, den krieg ich. Meins. Alter! Was wollte ich denn? No! Alter! Ich wusste es! Scheiße, ich verratere. Echt. Ich nehme jetzt erstmal das Camp hier. Jo. Moin Muradin! Mein Seele ist mein eigenes. Okay, 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 okay. Wir sollten hier weg. Ich hätte das... Wagnet euch! Ich werde bald eintreffen. Oh, fuck! Nova mich... zerfetzt. Boah, was ist das? Hm. So gings mir eben auch. Wie ist das? Pfff! Pfff! Jetzt kriegen sie den Nuna grundsätzlich auch. Hm. Oh, Mann, ey. Wir haben aber auch schon wieder so ein Team zu abgewöhnen. Mova ist aber richtig hart, ne? Muss ich haben. Hehehehe! 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 Äh... Ich bin hier! Na, Asmodan? Ob ich dich noch kriege? Leute, ich kriege ich sowas von. Oh, oh, oh! Hehehehe! Wir müssen anderen jetzt weiter kämpfen. Daneben. Geht den Befehl! Ich werde sowas von auf den gehen. Was? Mann, kann er sich mal ver-pissen? Was ist denn später deren Problem? Du hast einfach immer so'n Pfeil auf'm Kopf. Tötet mich! Tötet mich! Ohne Scheiß! Ey! Warum trifft mich diese Scheiß denn mal? Ey, wir haben so tatsächlich nicht gekriegt, ne? Ja, weil ich Damage mache ohne Ende. Wir haben hier nicht genug geflatet. Ihr habt eine Festung zerstört. Unser Ruhm erfüllt das ganze Land. Ich hab schon neun Tode, Alter, neun! Ja, das Böse kann sich meinem Blick nicht entziehen. Irgendwo kommt hier gleich Walla wieder aus der Ecke und nackt und dann halt mich um. Es ist soweit! Es ist soweit! Vadچer! Nackt und nackt und nackt! Wichser! H-h-h-h-h Gü-hü! Huuu! Titadelle! Hu! GG! Fack! Fack! fuck macht es platt macht es doch platt es ist kein gegner mehr da ja was ist denn mit muradin warum rennt er denn weg dein ernst muradin dein fucking ernst jetzt kommt weil er auch wieder gegnerische ist ja so ein geiler rush gewesen jetzt stimmt er da rein jetzt kommt asmo da und macht ihm platt ich habe keine zeit für spielchen ich schnapp mir unten camp boah der ein glück ja da wurde er gefickt ich weiß nicht warum hier ist alles solo reingegangen ich schnapp mir jetzt trotzdem unsterblich und das ist mir scheißegal ich kämpfe für den hohen der hohen Himmel mhm kenne ich auch wenn ich scheinbar davon wegstehe trifft es mich einfach immer jetzt ist zeit für einen strategie wechsel ok da ist muradin guck mal der zielt auf mich ja was ist denn sein scheiße oh gott die machen mich platt die machen mich platt ich weiß auch nicht wo die anderen waren hast du das gesehen wir müssen eigentlich noch einmal fünf Mann rumrennen und die Ultis vielleicht mal richtig zünden ja alles klar das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht das gibt's doch überleben hm und da stirbt Tyrell auch hey hey Telefonmann Telefon schellt und ich bin im Keller vielleicht noch verwählt doch ich bin schneller ich bin der Telefonmann ja ja weil er behindert ist ja und da stirbt er überraschender weise oh ich steh wieder drinnen und da wird Illidan auch sterben nee oh oh an ich habe acht Jahre bin ich wieder tot ey oh wir tacken von den Nerven so unglaublich ne hm hm camp Das Camp schnappen und dann mit runter rennen. Muridi rennt wieder alleine runter wahrscheinlich. Ah, guck mal, das war da. Oh, oh. Oh, 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 oh. Todeslaser. Boah. Okay, jetzt war's aber. Das war's jetzt aber. Jetzt aber GG, Junge. Jetzt aber GG. GG. Hey, 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 in diesem Sinne, ciao mit V. Tschau. вроде es. Untertitelung des ZDF, 2020